Was geht ab, bitte willkommen bei einem neuen Video und heute haben wir endlich Battlefield am Start. Ich habe jetzt lange gebraucht, bis ich das, äh, ja, äh, zusammenschneiden konnte. Auf jeden Fall habe ich gesuchtet um mein Leben, also ich habe durchgesuchtet, so viel es geht mit meinem Kumpel Chiller und alles, was da geht. Ich hoffe, es gefällt euch, äh, es werden Videos kommen, es werden Videos vom Stream. Ich versuche auch vielleicht noch ein paar was reinzutun, ob wir da die Plays, alle die besten Ausschnitte oder allgemein, schaut gerne im Stream vorbei. Ich bin der Nummer 1 auf, äh, Twitch und, äh, ja, schauen wir, was so abgeht. Das ist das erste Video mit dem richtigen Battlefield. Let's go! Okay, also wie immer. Einnehmen, fertig. Laschet ist okay. Perfekt. Muss noch einstellen. Wir spielen noch hier das Tutorial. Und dann wird online gesuchtet, auf jeden Fall. Boah, Junge, dieser Rückstoß. Huh, unnormal. Okay, wir sind Level 1 und wir starten das erste Game. Ich hoffe, ja, direkt Multiplayer, ne? Ich hoffe, dass nicht die Karte von Beta. Starten direkt los und, äh, schauen wir, wie die Runden werden, weil... Jetzt haben wir die Beta rum. Jetzt muss ich erstmal klar kommen mit Waffen, mit alles drum und dran, mit hinten. Maps und sowas. Aber, das wird unser Restaurant, dann let's go! Bin ich seit ich täte? Uh, mein erster, okay, let's go! Tastenzuweisung. Und zwar, muss ich R1 mit R2 tauschen. So. Das ist aber schon los, was ich hier mache. Uh. Boah, dieses Aim. Junge, Junge. Okay. Wird ein bisschen besser. Wie gesagt. Wird später besser. Ich verspreche es euch. Lobby, okay. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Nein? Nächste Belohnung. Ah, doch. Nichts aufs Ausrüstung. Das ist ein Holo. LMG. Panzerlatte. Uh, okay. Okay, okay. Das heißt, wir haben... Wir schalten doch was frei. Und ich habe gedacht, wir schalten gar nichts frei hier. Und seine Täter. Guck mal, wir haben hier Sunny. Hm. Ich weiß nicht, ob die... Junge, ich... AK. Boah, Junge. AK hätte ich Bock. AK muss nur auf Save freischalten, Mann. Da bin ich sowas von dabei. Und eine MP. Lass mal MP austesten. Mal sehen, wie wir uns so mit der MP schlagen. Waffen haben wir ja hier. Pistolen. Uh, M44. Sieht auch geil aus. Gadgets. Ah, hier. Panzerplatten. Ich verstehe schon. Raketen. Ah, warte. Das ist Munitionskiste. Sanitäterkiste. Ja, ja, ja. Okay, perfekt. Sanitäterkiste. Wir können hier noch auswählen. Ja, okay. Das können wir auch aufleveln. Hm. So. Bin ich jetzt noch beim Sunny? Habe ich schon gewechselt? Nee. Storbensolder. Ach, ich muss suchen. Der sucht ja gar nicht. Boah, die Mappe ist so offen, ne? Eigentlich bleibt nichts anderes als Sniper hier zu holen, wenn man hier spawnt. Wenn man hier spawnt, muss man Sniper holen eigentlich. Das ist ja komplett lost. Sonst ist ja hier... Okay, auch so ein bisschen Häuser-Kampf hier. Boah, wenigstens unser Panzer. Ah, Zerstörung ist auch ein bisschen da, ne? Was war's? Haben wir eingenommen? Ja, moin. Kann ich wieder Auto rufen? Boah, wenn man eingenommen hat, ist man lost, ne? Also, so groß waren die... Ich finde die Maps etwas zu groß. Ja, Mann. Die sind wirklich etwas zu groß. Also, von einem Punkt zum anderen übertreibt. Woher? Woher? Da oben? Ah, dein Ernst. Der chillt sein Leben da oben. Du weißt nicht, was das ist. Hä? Du weißt nicht, was das ist. Äh... Birne. Nein. Birne. Lecker, ne? Ja, danke. Nein, 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 alter. Ach, scheiße. Aber wenn ein Hubschrauber kommt, dann wieder gar kein Spaß. Verdammt. Schell, hallo, ich bin noch hier. Man kann keinen Teammate sehen, nix. Richtig schlecht. Ach, kommst du? Ja, perfekt. Nein! Nein, my friend! Nein, mein Freund! Ein Versuch war es wert. Hi. Ja, Digga, jetzt rufst du mich sogar schon an, oder was? Ja, ich... Du bist nicht da. Du bist nicht online bei mir. Chill, haben wir es gelaunt? Was? Nein, der hat so Bock... Der hat so Bock zu zocken. Du hast so mies gelaunt. Wer hat aufgeschrieben, Alter. Pass. Digga, du hast noch gut gespielt, Alter. Level 13 schon. Ja, was meinst du denn? Ich hab die letzten Tage nichts gemacht. Ich bin hier die ganze Zeit basiert im Auto. wo du rumguckst. Oh, da bist du der... Da bist du in der Mitte, die Schwarze hier. Oh! Alliärte verbände sich am Ziel. Bist du rausgesprochen? Nein! Ich darfst du mir überlegen das. Nein, 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 ich bin direkt raus. Ja, ich dachte, das Eis dämpft noch ein bisschen. Ja, das hat richtig gut gebremst. Diese Wingshüt ist geil, Mann. Ich hab halt die ja bei der schwarzen Versehen, ne? Das ist mega gut, ja, ja. Aber weißt du, die anderen haben... Guck mal, du bist halt mobil, ne? Aber es ist im Prinzip bringt es dir nicht viel. Ja, doch... Ihre Granaten sind ganz geil. Ja, aber das Geile ist, dass ich... Für mich ist das nicht wenig so langweilig. Jetzt abgesprungen, ich bin direkt hier schon bei A oder so, ne? Einfach zwei Kilometer in ein paar Sekunden gemacht. Das finde ich geil halt. Ja, das fühle ich. Das habe ich am Anfang auch so gefeiert. Aber wenn du jetzt überlegst, die anderen Klassen, zum Beispiel, die haben auch Schild. Ja, ja, klar, ja. Das Gleipatz zum Beispiel, wenn du irgendwo langläufst, du, ähm... Hier... Also auf der Karte siehst du Gegner auch nicht rummarkiert. Ja, weißt du? Boah, ja, okay, das ist OP, ja. Jeder Operator hat halt andere Sachen. Und zum Beispiel der eine, der kann den Schütten setzen und sowas, der hat Schild, der kann Schild verteilen und so. Ich war doch drauf. Das ist schon ein bisschen ein Vorteil. Na ja, klar. Ja, ja. Und sonst, taugt ihr Battlefield oder was? Nochmal, wer meint's? Wer noch taugt? Nein, ob die das Spiel taugt. Also ob sie gefällt. Ach so, allgemein. Ja, du, es macht schon wieder Bugs, so Battlefield-mäßig, ne? Nur halt diese Bugs, das nerven und so die Sachen. Boah, ich habe dir die Bugs direkt zwei Sachen freigeschalten. Nächst. Die Sachen nerven halt, ne? Wenn jetzt nichts klappt, so. Ja, normal. Ist halt schade. Aber ich denke, wie immer, das ist klar. Das dauert wieder ein paar Monate, so. Ein, zwei Monate, ne? Ja, das muss man hier runterspielen, ne? Und dann wieder aufspielen. Ja, das ist so, leider. Das haben sie geil gemacht, wenn man so spawnt und mit Heli anklingt. Ja, ja, genau. Ist schon, ist schon gut. Oder wenn man zum Fuster ankommt oder so mit einem Rollstuhl anfährt. Das haben sie gut gemacht. Kollege meint, da haben sie von Belfahren mit COD geklaut. Also das hat COD-Leddy gespielt, deswegen keine Ahnung. Wo willst du, komm? Äh, ja, ich bin hier am Boden, warte mal. Ja, ich bin doch neben dir. Du hast nichts drin. Ne, hier, ich bin neben dir. Hast du so ein Hoverboard? Ja, Hover, ja. Du hast einsteigen, ist voll, Mann. Ah, ja, ich wollte die ganze Zeit lieben, die, Alter. Alec, denk mal aus der Strecke. Ja. Alter, ich dachte, du merkst mich. Achso, ah, die anderen sind draufgestiegen. Ah, jetzt ist er weg. Ja, warte mal, ich kann doch hier, ne, kann ich doch nicht, Schade. Ah, dieses Anfordern, ne? Ja, ja, kann das nicht, Schade. Ich glaube, die sind bestimmt hier richtig... Da war ich oben, die Schlage, Alter. Da war ich noch nie gefühlt bei E. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommen soll, ey. Oh, hier, Vorsicht, da sind Phones. Kriegst du die alle? Ja, ja, kriege ich, aber er ist versteckt nicht in dem Mülleimer, da. Ja, warte, ich fahre hier drauf. Oh, der Hover, der fährt so scheiße. Ach, du bist der A, du fährst hier drauf, ach so. Nein, was ist das denn? Ach, das ist... Ja, was ist jetzt? Ach, das... Nein! Nein! Wo? Ja, mich auch. Hä, das geht? Ach, das ist gepandert, die Scheiße, ey. Ja, ich auch. Alex, was machst du, Alter? Da ist ja festgefahren, ey. Oh, da ist... In unserem Hoverboard ist noch jemand. Ich bin wieder drin. Ja, den Sektor Heschow eingenommen. Ich bin wieder drin. Ich auch. Ja, der steuert sich so scheiße ein bisschen. Was hab ich denn für eine schwule Gun jetzt hier an der Seite, Alter? Ja, du bist an der Seite. Da sitzt jetzt ein anderer drin, deshalb. Ja, ja, ey. Ja, super. Wir kicken erst mal, kicken, Alter. Ich glaube, wir den Platz hier erst mal. Aber wie fährst du denn, Alter? Das Ding, es schwebt, Alter. Das fährt ja nicht. Was für schwebt? Das ist ein Schlauchboot, Alter. Fahr mal richtig. Vorsicht, da sind immer alle Dings. Ja, ich kann nicht ziehen. Ich kann nicht ziehen. Ja, wir wurden gehackt. Wir wurden gehackt. Hallo, nicht weglaufen. Hier ist Einbahnstraße. So, warte, jetzt mach ich Pistole. Ja, ich würde gerne dieses Dings. Warte, bist du... Nee, bist du... Du bist nicht verletzt, ja. Nein, nein, warte. Ich kann mich aber verletzen. Warte. Ja, genau. Probier mal. Okay, guck mal. Ich schieße hier auf den Boden. Hol mal. Geh mal dahin. Ach so, ja. Geh mal drüber. Ach so, ich sehe das gar nicht. Lol. Bei mir liegt da nichts. Ah, okay. Ich schieße schon. Und dafür die... Guck mal, wenn ich mich selber spritze, ne? Dann dauert das ewig. Wenn ich mich selber einstecke. Ja. Wie war das nochmal? Auf Dreieck, ne? Glaube ich. Nee. Nur sich selber. Sich selber spritzen, ja. Also sich selber heilen. Ja, auf Dreieck halten. Und wenn ich... Wenn ich auf Boden schieße, aufsammle, fertig. Ja, aber das tut, das wusste ich gar nicht, weil... Du siehst das ja nicht am Boden. Ja, genau. Ja, genau. Aber das ist dann viel, viel, viel einfacher. Aber du hast dich direkt geheilt, ne? Ja, genau. Ich wurde geheilt. Ja. Weil das habe ich gesehen, weil alle... Weil ich bin so oft gestorben, dann dachte ich... Boah, ist das scheiße mit dieser Selbstheilung. Ich wurde geheilt von Kikasauce. Sonst was? Naja, bis ich ankomme, ist schon Runde vorbei, Mann. Äh, warte mal, wo sieht man das eigentlich? Ach, hier, am 6.6. Aber wenigstens gewinnen wir mal, wenigstens. Also, ein paar Runden dann, ne? Oder sonst... Ja. Ja, mein Gott. Naja, nur wegen uns haben wir gewonnen, sonst. Naja, ich weiß. Ist doch klar. Ja, willst du den anderen Modus... ...train, oder? Ja, komm, probier mal. Ja, klar. Einmal probier mich. Ist doch egal, mit Randoms. Vielleicht. Oh, was habe ich denn? SFK Halbautomatik. . Untertitelung des ZDF, 2020